herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das mainz bundle von lena alle weiteren informationen zu dieser ep der tracklist und dem bundleinhalt suchen natürlich auch die links zur ep und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung mainz von lena das ganze am 22 januar erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich pop jawohl es ist ein bundle zu dieser ep mainz nennt sich das ganze wir haben hier das bundle bestehend aus der ep an sich dann haben wir hier so ein kärtchen ein armband ein fotobuch ein erinnerungsbuch und ein tourenbeutel ein gym bag das alles hier mit drin wir starten wie immer mit der musik also mit der ep in diesem fall den rest packen wir noch zur seite das ist die ep sieht so aus also generell das artwork hier bei diesem bundle stark von violett und gelb dominiert auf dem cover sehen wir hier lena die scheinbar hier gerade am boden liegt hier unten rechts den titel der ep mainz auf der rückseite haben wir die tracklist fünf stück an der zahl mainz es ist okay utopie selle wie und tu bitte nicht so dann hier noch die infos dann schauen wir mal rein das ist dann die cd an sich recht schlicht gehalten einfach hier in violett mit so ein paar farbsprenkeln und dann hier wieder dem gelben schriftzug ansonsten mehr gibt es hier in dem fall nicht zu sehen buklet oder ähnliches nicht dabei das ganze kommt hier ganz schlicht in einer papphülle dann haben wir als nächstes einen tourenbeutel der kommt ja auch wieder in gelb und violett so auch hier lesen wir wieder mainz darunter lena die rückseite ist ganz gelb also hier gibt es sonst keinen aufdruck auf den seiten links und rechts haben wir dann jeweils die träger also stoff bänder die hier unten verknotet wurden die kommen in hellbraun so beige kann man dann natürlich hier oben entsprechend zu ziehen das ganze und dieser tourenbeutel ist wo haben wir es irgendwo haben wir glaube ich ein zettelchen das ich jetzt gerade nicht finde so wir drehen ein paar mal auf links dann wird das zettelchen schon zum vorschein kommen ja genau hier haben wir es so wir haben es hier zu tun mit einem ökotex standard 100 das ganze ist hier 100% baumwolle von der maprom gmbh in deutschland und made in pakistan grüße gehen raus so dann drehen wir den wieder um damit das auch alles wieder richtig ist so genau gut weiter geht's mit dem nächsten inhalt des wandels und zwar haben wir hier ein kärtchen mit dabei dann haben wir hier noch einen gold aufdruck hier so zwei hände die sich mit dem kleinen finger hier festhalten und der schrift so rundherum ist etwas schwer zu lesen aber hier lesen wir strahler academy was es damit auf sich hat dazu kommen wir noch so was lesen wir hier hallo du ich freue mich so sehr dich in der offiziellen strahler academy zu begrüßen mittlerweile müsstest du einen code per e mail erhalten haben mit dem du dich unter www.strahler.academy registrieren kannst sobald du deinen nutzernamen und ein zugehöriges passwort gewählt hast kannst du dich damit jederzeit in der academy anmelden und die exklusiven inhalte genießen die wir regelmäßig updaten schau also gerne öfters mal vorbei bitte hebt ihr unbedingt diese karte auf vielleicht kannst du damit in zukunft bei dem einen oder anderen event ein special ergattern ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame reise auf bald deine lina so das ist hier in diesem fall nicht unterschrieben das ist hier aufgedruckt aber was hat es mit dieser strahler academy auf sich also es gab im vorfeld zu dieser bestellung dann auch eine e mail also die kam sogar noch vor dem bundle bei mir an auf meiner e mail adresse und zwar hat man in dieser e mail einen code bekommen mit diesem code konnte man dann eben diese strahler academy also diese website betreten sich dann dort registrieren und einloggen und dort gibt es eben exklusives material für lina fans also dort gibt es unter anderem exklusive fotos videos gewinnspiele merchandise artikel digitale meet and greet events und 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 also wirklich so für den eingefleischten fan gibt es da jede menge zum anschauen und das war eben exklusiv für vorbesteller dieses bundles ja dann haben wir als nächstes noch hier ein armbändchen wie so ein festival bändchen auch hier wieder in violett und gelb hier lesen wir lina stay at home konzert 2021 und das ist noch in der zukunft also wir haben heute den 25 wenn ich richtig informiert bin und bei diesem konzert kann man dann eben auf youtube dabei sein das findet statt am 31 januar um 19 uhr ich gehe mal stark davon aus direkt auf dem youtube channel von lina und da hat man eben auch noch so als kleines andenken auch wenn man nicht vor ort dabei sein kann aber zumindest digital dann eben noch dieses festival bändchen hier kann man hier dann natürlich zuziehen und dann an sein handgelenk anpassen gut und als letzten box inhalt als letzten bundle inhalt haben wir hier noch ein buch erinnerungen von mir für euch also es ist ein fotobuch quadratisch auf der seite was lesen wir hier hier ist mir auch noch mal lina erinnerungen von mir für euch lina und dann würde ich sagen schauen wir mal rein wir blättern das jetzt einmal durch so hier geht's los dieses buch ist meins also hier kann man dann natürlich seinen namen einschreiben strahler seid also seit wann man ein fan von lina ist und hier sind dann schon die ersten fotos in diesem fall von einem live auftritt hier vor dem publikum so self care erzähle hier deine drei schönsten strahlermomente auf okay also es ist auch so ein buch zum reinschreiben zum befüllen nicht nur zum anschauen im studio mit peter lewis phil und tilmann zu den aufnahmen von official 2016 so was haben wir hier autokino 2020 dann weitere fotos von autokino 2020 2020 war ein wirklich komisches jahr umso schöner und wichtiger war es dass viele von uns sich im sommer wiedersehen und ein bisschen zeit genießen konnten also ein paar konzerte konnten jedoch stattfinden wenn auch in autos so was sind die drei dinge die dir immer helfen wenn du traurig bist dann wieder fotos hier auch polaroid bilder erfurt 2020 linatur 2019 hier gibt es auch noch mal jede mini fotos stop trying to be liked by everybody you don't even like everybody ja da ist was dran also es heißt auf deutsch so viel wie hör auf jeden oder von von jedem gemocht zu werden du magst doch selbst nicht mal jeden also warum solltest du von anderen gemocht werden die du selbst nicht leiden kannst so kurz und knapp ugly dolls premiere weitere fotos linatur 2019 dann haben wir noch ein hündchen mausi ist immer mit dabei was waren die drei letzten die letzten drei dinge vor denen du angst hattest und sie dann trotzdem gemeistert hast linatur 2019 weitere fotos drei dinge die du an dir selbst liebst behind the scenes beim glitzer videodreh und tour 2017 einmal strahler immer strahler danke für deinen support ja das war es soweit mit diesem fotobuch und es war auch der letzte inhalt dieses bundles wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in diesem bandel befindet einmal das eben gezeigte fotobuch erinnerungen von mir für euch dann haben wir dieses kärtchen hier mit den infos zu der strahler academy das bändchen in diesem festival style zum stay at home konzert 2021 dann der tourenbeutel und natürlich die ep an sich meins in der pubhülle mit fünf tracks jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle meins von lina mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album bzw von der ep oder dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr lina unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt aber euch auf